Das BMW i4 M50 X-Drive Grand Coupé erhält mit einem Technologie- und Design-Upgrade eine noch attraktivere Not. Als vollelektrisches Fahrzeug bietet es lokal emissionsfreie Fahrfreude und stellt mit seiner progressiven Ästhetik eine Spitzenposition im Premium-Mittelklasse-Segment dar. Ein Highlight ist die Einführung einer neuen Modellvariante mit elektrischem Allradantrieb, die das dynamische Fahrerlebnis weiter steigert. Die Optik des i4 M50 X-Drive wird durch eine neu gestaltete Front inklusive einer teils geschlossenen BMW Niere und neuen Scheinwerferstrukturen, die eine prägnante Lichtsignatur erzeugen, weiter geschärft. Auch das Interieur präsentiert sich mit einem raffinierten Premium-Ambiente, angeführt von einem neuen polygonalen Zweispeichen-Lenkrad und hochwertigen Materialien wie dem optionalen Fernaschka-Leder. Die serienmäßigen Sportsitze in perforiertem Sensatec und die innovative Gestaltung des Cockpits, welche die Digitalisierung vorantreibt, runden das Innenraumerlebnis ab. Technisch bietet das Grand Coupé fortschrittliche Funktionen wie das BMW iDrive-System, das mit Quick Select eine schnelle und intuitive Bedienung ermöglicht. Die Konnektivität wird durch eine personalisierbare eSIM- und 5G-Unterstützung gewährleistet. Das Fahrzeug ist außerdem für das Connected Home Charging vorbereitet, was das Laden an heimischen Stromquellen optimiert und vereinfacht. Die Produktion des BMW i4 M50 X-Drive Grand Coupé erfolgt im BMW Group München und ist Teil einer weltweiten Markteinführung, die ab Juli 2024 beginnt. Mit diesem Modell unterstreicht BMW sein Engagement für innovative Mobilitätslösungen, die sowohl die Bedürfnisse nachhaltiger Mobilität als auch nach luxuriösem Fahrkomfort erfüllen.